Workplace bei Facebook ist der Versuch von Facebook auch im Intranet-Bereich in der Unternehmenskommunikation Fuß zu fassen. Wie schaut das Ganze aus? Unternehmen, die daran interessiert sind, Workplace als Intranet-Lösung zu nutzen oder mitzunutzen, können hier auf workplace.fb.com einen Zugang beantragen, man klickt dazu auf Apply Now, gibt dann anschließend hier eine E-Mail-Adresse ein, das ist mal eine andere, mit der Datenschmutz-Adresse bin ich schon registriert und kommt dann hier zu diesem Registrierungsformular, wo man die üblichen Daten angeben muss, Name, Abteilung, Rolle im Unternehmen, Business-E-Mail, optional LinkedIn-Profil, dann die Telefonnummer, Unternehmensname, Domain des Unternehmens, Facebook-Page und so weiter und so weiter. Hier unten möchte Facebook dann auch noch wissen, ob man bereits aktuell Facebook- oder WhatsApp-Gruppen verwendet in der Unternehmenskommunikation und hier hat man dann noch 255 Zeichen lang Zeit zu erklären, warum man selbst Workplace nutzen möchte. Letzte Frage, die auch beantwortet werden muss. Dürfen Ihre Mitarbeiter Facebook in der Arbeit nutzen? Und wenn man das ausgefüllt hat, klickt man auf BlyNow und bekommt dann einige Tage oder Wochen später die Freischaltung. Es sind derzeit rund 1000 Unternehmen, die Facebook Workplace benutzen. Bei mir hat das, glaube ich, so drei, vier Wochen gedauert, bis ich die Freischaltung bekommen habe. Und dann kann man sich anschließend ins eigene Workplace-Netzwerk unter der zugehörigen Subdomain, in meinem Fall hier datenschmutz.facebook.com einloggen, mit der E-Mail-Adresse und dem zugehörigen Passwort. Dieser Account ist übrigens vollkommen getrennt, das ist also nicht der normale Facebook-Account. Die Systeme sind in keinster Weise verzahnt. Nach dem Login kommt man auf die Startseite, die wird jedem Facebook-Nutzer auf Anhieb sofort sehr bekannt vorkommen. Diese Startseite ist der Status-Update-Feed, wo man dann in weiterer Folge eben die Postings der ganzen Mitarbeiter sehen würde. Daneben gibt es den Work-Chat. Funktioniert auch ganz analog wie der normale Facebook-Chat. Also komplette integrierte Messenger-Funktion. Man kann eben mit Mitarbeitern hin- und herschreiben, Konversationen durchsuchen, Dateien hin- und herschicken, eben genauso wie man das auch vom normalen Messenger her kennt. In Unternehmen eine besonders große Rolle spielen natürlich die Gruppen, weil gerade bei größeren Unternehmen geht es ja nicht darum, dass jeder alles erfährt, sondern dass man eben in Projektgruppen entsprechend kommunizieren kann. Man kann hier also beliebig viele neue Gruppen anlegen. Es gibt da ein paar Templates dafür, Teams und Projekte, offene Diskussionen, Ankündigungen und so weiter. Man gibt der Gruppe einen Namen und lädt dann im nächsten Schritt auch genauso wie man das von den normalen Facebook-Gruppen eben gewohnt ist. Mitarbeiter dazu ein. Ich habe hier mal meine Frau als Mitarbeiterin eingetragen. Und damit steht diese Gruppe dann auch schon zur Verfügung. Hier wird hier noch aufgefordert eine kurze Beschreibung zu posten. Und man sieht dann, genau wie bei den normalen Facebook-Gruppen, man kann hier Textupdates schreiben, man kann Fotos und Videos hochladen, Umfragen erstellen, Dateien hochladen, Fotoalben anlegen, Dokumente anlegen, Events anlegen und anders als in den normalen Gruppen auch Live-Videos in die Gruppen hineinspielen. Das ist also sicher der Teil, diese Gruppen einer der zentralen Teile. Die ganzen Funktionalitäten, die man von Facebook so kennt, eben Gruppe teilen, Benachrichtigungen bekommen und so weiter, wurden hier eigentlich 1 zu 1 umgesetzt. Es gibt auch einen Events-Bereich, also für Unternehmens-Events, die dann auch im Kalender aufscheinen. Man kann Mitarbeiter einladen über die E-Mail-Adresse und ich habe hier, weil ich ja der Admin dieser Workplace-Instanz bin, Zugriff auf das Company-Dashboard. Das schaut eben so aus, um Personen einzuladen, kann man entweder ein Excel-Sheet oder ein CSV-Datei hochladen, in der sich die ganzen Daten befinden oder sicherlich der relevantere Weg für die meisten Unternehmen, einen Identity-Provider verbinden. Das sind aktuell G-Suite, Okta, Microsoft Azure, Ping-Identity und OneLogin. Der Vorteil ist natürlich, dass dann auch, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, die auch automatisch aus dem Workplace abgemeldet werden, dass also sozusagen dieser Datenaustausch hier eben live passiert. Man hat hier auch noch die Möglichkeit, aus dem Backend heraus Gruppen anzulegen. Es gibt einen Reporting-Bereich, der zeigt eben an die Aktivität der letzten Woche, wie viele Mitarbeiter haben ihre Profile ausgefüllt und also ein Traum für Auswertungs- und Zahlenfans. Man findet hier eine Auflistung der registrierten Mitarbeiter. Wie gesagt, hier bei uns nur ich als Administrator und meine Frau zu Testzwecken. Kann auch CSV-Dateien mit Mitarbeitern und Profilen, die deaktiviert werden sollen, hochladen. Hat hier nochmal eine Übersicht über die ganzen angelegten Gruppen. Es gibt auch auf Workplace eine Report-Post-Funktion, also schwere Zeiten für Internet-Scherzkekse. Hier die Rollenverwaltung. Man kann auch mehr als einen Administrator haben und eben im Punkt der Integrations, da wird in den nächsten Monaten sicher noch einige Apps geben. Man kann aber auch derzeit bereits auf die API eben zugreifen und eigene unternehmensspezifische Erweiterungen programmieren. Die Settings sind eigentlich relativ selbsterklärend. Unternehmensname, man kann ein Logo hochladen, kann eine URL mit Nutzungsbedingungen angeben und ja, das war es eigentlich schon. Eine wichtige Einstellung für Unternehmen, wie soll die Authentifikation, also die Anmeldung erfolgen? Entweder so wie ich es hier bei mir eingestellt habe mit Nutzernamen und Passwort oder über Single Sign-On. Wenn man also einen solchen Identity-Provider verwendet. Das heißt, damit haben Unternehmen dann auch die Sicherheit, dass sich nur Personen einlogen können, die auch tatsächlich die entsprechenden Zugriffsrechte haben. Das ist es eigentlich schon im Backend. Viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Also Homefeed, eigenes Profil und die Gruppen. Ich denke, Facebook hat damit ein relativ mächtiges Tool geschaffen. Live-Video zieht sich hier überall durch. Das heißt, Unternehmenskommunikation. Es gibt sehr viele Personen, die sich Gedanken drüber machen. Wie kann man das besser strukturieren? Wie kann man Intranets besser strukturieren? Einer der Kernpunkte dabei ist immer, wie bringt man die Leute dazu, das überhaupt zu verwenden? Und da ist natürlich der große Vorteil, jeder, der Facebook bereits einmal benutzt hat, wird sich hier sofort zurechtfinden. Und wenn wir diese ganzen Workplace-Funktionalitäten, muss man nicht viel lernen. Da kennt man sich sofort aus. Und ich denke, dass Facebook da wirklich ein recht großer Wurf gelungen ist.